So, nächstes Spielstelle dann. Heimspiel gegen den FSV. Los geht's. Spätag Nummer 11 für heute gegen den Tabellnachtzünden. Klingt erstmal machbar. Klingt. Wir haben jetzt knappe, zwei knappe Siege in Rostock und in Duisburg geholt. Jetzt soll hoffentlich wieder mal ein Sieg raus. Ein höherer Sieg rauskommen oder ein klarer Sieg rauskommen. Na gut, okay. Schauen wir mal. Wettbewerbsrekord sind aktuell 27. Jetzt hat er 12. Aber seit zwei ich bin auch wieder nicht getroffen. Muss man mal auch so anmerken. Hoffen wir mal, dass was heute ein bisschen beendet. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Spiel nicht entdecken lassen. Und nun begrüßen wir die hauptlichen Mannschaften. So. Los geht's. Auftakt. Ich habe jetzt nicht die Vorspülforscher gesehen. Ich denke, so passt das von der Aufstellung her. Mal schauen, was wir heute hinkriegen. Aber der Mann hat euch gehört, den setze ich jetzt auf die Linke auszumachen. Ah, zwei verloren. Schade, ich habe dir gedacht, du kriegst es dir da noch irgendwie durch. Also, Zwickau sollte man auch nicht unterschätzen. Die sind bestimmt auch nicht schlecht. Aber mal schauen, wie die Saison für unser Spiel ist. Und wir müssen wieder früh, vielleicht wieder ein frühes Tor oder so. Mal schauen. Mal schauen, was ich jetzt auf die Linke auszumachen. Und Röno. Lukas. Und hier der momentan torlose Platte. Äh, nein, nein. Kein Foul. Zumindest auch der Schiedsrichter da kein Foul. Ich habe aber auch keins gesehen. Und da ist er wieder. Endlich trifft er. Tor Nummer 13. Nach zwei sieglosen Toren gegen die Bayern. Äh, sieglosen Toren. Tordlosen Spiel gegen die Bayern. Und in Duisburg gab es heute wieder ein Tor. Und jetzt hat er 13. Wie soll der Wettbewerb? Der Rekord liegt bei 27 momentan. Mal gucken. Auf geht's. Ja, heute ein bisschen, ja, versucht, ja, ein bisschen Frust von... Bitte helfen Sie unserem Einwohnsteam, indem Sie möglichst keine Müll anpassen. Das hinterlassen. Nehmen Sie mit, unser Stadion soll erzuhalten. Danke. Ach, schade. Ball, immer wieder diese unnötigen Ballverluste. Jetzt haben wir... Ball, immer wieder diese unnötigen Ballverluste. Ja, schade. Ich dachte, wir müssen jetzt noch laufen. Aber da sagte der Schiedsrichter, den nehme ich der mal noch mit weg. Schade. Schön gemacht. Ach, schade. Ach, schade. Diskant. Aber leider. Kobielanski, Platte, Mamba, das wäre gut gekommen, wenn der durchgegangen wäre. Aber Schiedsrichter, äh, wieder... Also, der Schiedsrichter, nein, nein. Ballverlust leider. Ja. Kobielanski, Platte. Ha, wieder abseits. Momentan ein bisschen mehr auf abseits, ein bisschen viel abseits, drei Stücke zutereinander. Das kann keine Abseits sein. Und hier wird das Tor verhindert. Auf 0,2 zu stellen. Schlecht. Aber Ball bleibt, bleibt im Spiel, geht nicht ins Tor. Naja, mal gucken. Was noch? Was hier jetzt wieder im Tor zu 2,0? Also, wo gesagt, selbst 2,0 ist, hatten wir schon mal, ein paar Mal. Ach, oi, 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 oi. Der kann aber auch durchaus mal rein nutzen. Ja, und damit steht es dann zur Pause nur, nur 1,0. Na gut, okay. Schauen wir mal in der zweiten Halbzeit, was hier noch heute geht. Latte, ja, der ja auch mal ein bisschen nach hinten jetzt arbeitet. Kowalanski, Weiser, mit dem durchgegangen ist. Weiser, 2,0. Nein, den ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, der da mal was machen kann. Trifft. Mitchell Weiser. Ja, ich hörte es Patrick Weiser gesagt, aber das ist der Papa. Keiner geht mit und dann zieht der mal kurz einfach zum Tor durch. Und macht dann das Tor? 2,0, 50. Die Nummer 6, Mitchell Weiser. Oh, Platte. Der holt sich den mal. Zwickau macht den dicken Fehler hinten in der Verteidigung. 3,0. 14. Das wird jetzt mal wieder ein bisschen überzeugend sein. Ja, ich hätte auch querlegen können. Aber egal, ich wollte das Tor. Na ja, aber sollte das Tor mal wieder machen. Dafür wieder bezahlt. Dafür geht der Geld. So. So, wie soll man sagen, wir machen auch für die Winterpause, dass man immer nachzulegen an Spielern. Ich weiß nur schon mal, wenn ich wahrscheinlich holen werde, wenn ich immer in die zweite Liga aufsteigen sollten. Die Torjäger vom Dienst. Aber das machen wir dann erstmal. Ich möchte Winterpause geben. Und ich weiß nämlich nicht, ob ich die Verträge jetzt schon machen kann. Hashimero war das auf jeden Fall mit dem Ball. Und jetzt. Mamba! Nix. 3,4,0. Sag mal. Gute Chance. Man bleibt jetzt ein bisschen besser dran. Und sagt jetzt erstmal dem Gegner gerade, du hast gar keine Chance, um was zu machen. Klar, dass sie dann mal immer wieder durchkommt. Ja. Aber hier werden sie gestoppt für Kolasinat. Steht das mal eben sehr resolut mal, aber funktioniert. Kein Foul. Und jetzt ist Platte da, macht der Tor Nummer 3. Nein. Fass mit dem zweiten Headtrack diese Saison Krüger jetzt mal, der den, diesen Kontam unterbindet, also mit unterbindet. Ja. Und Pfosten, der Skipper unterm Pfosten. Aber der hat wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Hier einmal der Keeper den halt. Und dann dreht der den nochmal aus der Ecke und haut das Ding unten an den Außenpfosten. Ja, war mal der gut dazwischen gegangen ist. Und jetzt mit Tempo. Das war nicht gut. Und wieder Pfosten aber abseits. Ich ôur lichst. Aber der nächste dicke Chance, glaube ich versuche die 13 Mal. Ich werde es noch wieder den Headtrack, noch mal 2 Tor rein und dann bin ich auch das 3 Tor machen. und renner der mit ein bisschen viel viel glück dabei war schöner geholt ach gott so jetzt mal kurz auf den die wechsel vollziehen so dann mal zwei jungs sich am bundesliga debüt verhelfen so da kommen sie jetzt mal erst mal die 15 neu wie sei das seien jungen 16 jahre alt nur gerade mal das talent und charla nolo nix also käme schon an aber verlust ja es wird nichts mit dem glatt dritten tor ist es am ende ein gutes 3 zu 0 hier gegen zwicker und der weiteren drei punkten so uns die uns helfen auch am fünften spiel am elften später natürlich nach oben zu gucken so gut dann gehen wir mal kurz ins interview klar es ist immer noch möglich dass wir das ist klar gute leistung war sieg nummer sie war das jetzt glaube ich in folge sieben oder acht sogar schon dann haben wir das auch abgearbeitet so die frage ist werde ich jetzt wirklich den aufstieg schaffen sollte möchte ich gerne natürlich einen holen der meiner meinung nach mister zweite liga genannt wird ihr wisst schon wenn ich meine dass ich wahrscheinlich versuche terror zu kassieren zu holen klar 32 jahre alt aber ich möchte gerne für die zweite liga verpflichten also zum beispiel zu einem hinblick auf die zweite liga die frage ist ob die hamburgern genau sagen gehen lassen er ist doch nicht bereit sich neu zwar noch nicht neu zu orientieren das ist momentan glaube ich in dresden ne nicht in dresden wo die ausgeliehen ist momentan die spieler die möchte ich noch ein paar verpflichten ein leider wird wahrscheinlich nicht gehen ist gerade jetzt noch ziviler gewechselt das wird wahrscheinlich nicht möglich sein jetzt holen gut ne krüger so dann bleibt er dabei auf jeden fall auf dieser position als rechter außenspieler da möchte ich ihn sehe ich ihn auch gerne mehr als vorder als spitze gut dann würde ich sagen machen wir feierabend wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann jetzt mit dem nächsten spiel auch schon weiter bis dahin tschüss und dann zum nächsten mal und dann beim nächsten mal